Applaus Was mich an den ganzen Beerdigungen halt immer stört, ist die Umzieherei. Dass man um halb drei Beerdigungen und um halb vier und kannst du das ja nicht aussuchen. So, ich muss schon mit der Beerdigung gehen, wo der Verstorbene dazu passt. Der Spengler Richard, der ist ja noch Präsident vom Fasennachtsverein. Denn seine Mutter ist vor ein paar Jahren in der Woche vor der Fasennacht gestorben. Da kannst du ja denken, dass der Richard neben der Kapp war. Sade, jetzt hätte sie die paar da auch noch warten können. Also bis Aschermittwoch. Weil da ist ja der Fasennachtskarnevalist oder wie man sagt sowieso in Trauer.